Herzlich willkommen zurück zu neuen Shop Review hier auf meinem Kanal und ja Leute es ist endlich mal wieder soweit ein neues Shop Review seit anderthalb Wochen kam jetzt kein Live Video hier mehr auf meinem Kanal weil ich im Urlaub war war mega cool im Urlaub Skifahren meine Lieblings Sportart und Aktivität neben Zocken natürlich aber ist einfach mega fun und ich würde sagen wenn ihr in Zukunft jetzt kein Livestream oder Shop Review oder whatever verpassen wollt lasst gerne ein Abo und Like da würde mich auf jeden Fall extrem freuen diese Woche wären jetzt auch da ich ja noch Ferien habe ordentlich Livestreams kommen jeden Tag eigentlich fast durchgehen Livestreams Videos dann häufig auch aus dem Livestream raus heute wurde auch noch kein neues keine neue Sache angekündigt die mit dem Patch reinkommt das heißt da müssen wir uns dann auch noch überraschen lassen was da so kommt ich würde sagen ist jetzt noch ein Item Shop und gucken dort und erst mal die ganz linke Seite an dort haben wir den Patronella Skin ist auf jeden Fall extrem cooler Skin blaue Skin sieht auf jeden Fall extrem cool aus hier mit dem Patronen Gurt und ja sieht auf jeden Fall sehr nice aus also vor allem mit dem Tropen Thema passt das ehemalt extrem gut der Skin gefällt mir auf jeden Fall und den kann man sich definitiv kaufen habe ich hier die Machete ist auch eine coole Spitzhack für 500 V-Bucks ist definitiv ganz nice hier unten mit dem Holzstab und der Machete passt hier immer auch perfekt zum Dschungel Thema dann haben wir noch den Heli der auf jeden Fall auch ganz cool ist für 1200 V-Bucks ist das natürlich ein etwas teurer Gleiter allerdings hier auch mit der Minigun an der Seite sieht das eigentlich ganz cool aus auf beiden Seiten ähm ja ich finde den jetzt zwar nicht den allerbesten Gleiter auf jeden Fall ist der aber ein ganz cooler Gleiter und dann ähm haben wir hier noch den Schneefuß Charakter der ist ja auch ähm Stil wie der Zenith Skin ist auf jeden Fall ein cooles Skin episch und das Rückenaccessoire sieht definitiv sehr cool aus auch mit den weißen und diesen blauen Farben passt es extrem gut zur Schneeregion sozusagen das Gegenstück zur Patronella das eine Dschungelgebiet Skin und das andere Wintergebiet Skin dann haben wir natürlich noch die weibliche Variante die sieht noch mehr wie Zenith aus weshalb sie sich natürlich auch nicht ganz so lohnt weil den Zenith hat glaube ich so ziemlich jeder aber den Battle Pass hat ja auch fast jeder allerdings sieht hinten natürlich das Schwert sehr cool aus und ja würde ich mir auf jeden Fall nicht unbedingt kaufen da gibt es definitiv bessere Skins dann haben wir die umgekehrte Klinge ist auf jeden Fall ein cooles Spitzhacker auch hier mit dem ähm blau leuchtenden hat auch einen coolen Sound und generell dieses blaue diese blauen Streifen sehen sehr cool aus und dann haben wir noch als letzten als letztes Teil des Sets den Schneeschnitt Gleiter ist ein sehr sehr cooler Gleiter wie ich finde hier hinten mit diesem blauen Effekt für 800 Vibachs extrem cooler Gleiter eigentlich wirklich dann hier diese ähm ja dieses Drohnen Prinzip ähm Prinzip ja sieht auf jeden Fall cool aus und kann man sich sehr gut kaufen dann habe ich hier die Bankenlackierung coolste Lackierung die es in diesem Spiel gibt solltet ihr euch auf jeden Fall kaufen wenn ihr ähm die 700 Vibachs habt ja auf allen verschiedenen Waffen sieht die einfach cool aus vor allem auch hier auf dem Bogen sieht das extrem cool aus deshalb lohnt sich die wirklich unglaublich stark dann haben wir den Kloops da ich finde den immer ein bisschen zu teuer eigentlich weil es ein epischer Charakter ist ohne ein Backpack und das ist heutzutage eigentlich ja ungewöhnlich ähm bei Skins und den Skin an sich finde ich jetzt auch nicht ganz so cool ich finde da gibt es coolere Ninja Skins ja deshalb lohnt es sich nicht ganz so haben wir in den Fitness Runde Emote ist ein cooler Emote 500 Vibachs lohnt sich dafür den kann man sich auf jeden Fall kaufen haben wir den Lachtlicht Charakter der ist zur Zeit irgendwie so häufig ähm im Shop früher dachte man ja auch dadurch dass es ja im Prinzip so ein mexikanischer Skin ist dass der eben halt nicht so häufig in den Shop kommt trotzdem kommt er mindestens einmal pro Monat in den Shop wenn er seltenen Skin haben wollte sollte ich den aber auf jeden Fall nicht kaufen trotzdem sieht er natürlich extrem cool aus für 800 Vibachs geht er vollkommen klar mit den ganzen leuchtenden Streifen ähm ja allerdings ist man natürlich damit auch ein bisschen auffälliger aber die Eistapfen Spitzhacke ist auf jeden Fall eine coole Spitzhacke dieses leuchten ist cool und dann auch der Werkzeugeffekt mit diesem Eistachsplittern ähm ähm 500 Vibachs gehen wir vollkommen klar dann haben wir eine neue Lackierung hier auch Teil des Trukentruppe Sets hier die Rose sieht ja genau so auch aus finde ich jetzt nicht die coolste Lackierung allerdings geht ja auf jeden Fall ganz gut klar einmal im pixeligen Stil wäre jetzt aber nicht die beste auf dem Bogen finde ich sie dagegen echt ziemlich cool dadurch dass das vorne ja rot ist und dann mit diesen weißen Aspekten sieht das auf jeden Fall ganz nice aus und nachher haben wir neuen ähm neue Musik das erste Mal dass eine Musik im Shop ist so ist auf jeden Fall vom Läufer Emote ich lass den mal kurz laufen ja es ist das erste Mal wirklich dass eine Musik im Fortnite Shop ist ist auf jeden Fall ganz nice ähm da kann man sich kaufen weil man generell Musik hört ich bin eigentlich immer eher der nicht so viel Musik ähm in der Lobby hört deshalb muss ich noch überlegen ob ich mir das kaufe allerdings 200 Vibachs für eine blaue Musik ich glaube Musik ist generell immer blau ja genau generell immer blau und 200 Vibachs gehen dafür immer halt vollkommen klar kann man sich auf jeden Fall kaufen ähm ja und ich würde sagen wir switchen darüber in die Welt Shop und gucken dort was neues jetzt gar nicht aufgefallen dass das schon wieder ein 50% Rabatt ist ja lohnt sich auf jeden Fall auch zu kaufen Musik erstmal ausmachen so wir haben heute das Superhelden Lama darin lohnt sich auf jeden Fall nicht so wirklich weil man alle Sachen hier auch ähm 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 Sammelalbum erforschen kann und dort auch hier da haben sich überlegt 100 legendärer Kraftquellen für 1500 Vibachs kann man sich easy kaufen ähm ja deshalb lohnt sich das nicht so wirklich da kann man sich wenn man den noch zum Beispiel frei hat hier die Upgrade Lamas holen lass mir die Überraschung weil hier dann auch eigentlich nur das legendärer Held interessant ist und hauptsächlich eigentlich Helden aus so Events viel besser sind das war es so viel einfach mit dem Shop Review würde mich freuen wenn da beim nächsten Video auch einschaltet und dann sehen wir uns dort auch wieder bis dahin ciao und dann sehen wir uns dort auch wieder bis dahin ciao